Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity wir müssen immer noch hier ein ein Messengelände aufständlich hat immer noch keine Ahnung wie das geht ich vergesse auch immer wieder nach zu gucken und ich sehe gerade da ist ich habe mir sofort gedacht das Gebäude kann doch gar nicht mehr richtig sein und wer hätte es gedacht es war auch nicht richtig so das sollte es dann auch gewesen sein die ja nein ich halte es in einer freisenden nicht ab sich verarschen wir können nach einem Recycling Recycling wir haben hier noch eine zweite Stadt genau hier wollen wir haben ja jetzt genochen hat er kann die doch ein drei Recycling Wagen von uns bekommen die wir dort jetzt hinschicken und dann können die in der Stadt sind Zeug einsammeln ne und dann lesen wir erstmal ganz gut hier was wollt ihr denn ihr habt ja irgendwie was mit Müll diese Stadt stinkt und zwar richtig best beseitigen sie den Müll ach so ich habe ihn bestialisch gelesen beseitigen sie den Müll naja was kann man machen was ist denn da stellen sie einen Müllhalder auf und fügen sie zu einer bestehenden Halde ab abladen hinzu abladen abladen was sind das abgeladen die solchen die solchen sowas da noch hinzufügen jetzt schon mal so bitteschön das haben wir geschafft das war jetzt auch nicht so schwer und was habt ihr denn jetzt für ein Problem unsere Kläranlagentanks sind randvoll wir brauchen mehr davon um Verschmutzungen vorzubeugen das können wir bearbeiten und dann dort noch einzeln zu fügen und noch einzeln zu fügen was noch hier war doch eben bei Ihnen noch eins oder an die die ich da falsch niederlich falsch alles klar um so darum haben uns gekümmert Messegelände so dass wir jetzt das nächste was das denn hier eigentlich Standort für große Becken hatte äh ne das war es nicht äh ich wollte stopp bitte noch mal da und nie laden besucher lieferungen können wir irgendwie nicht dass er hat da können wir man dann in die m so was hinstellen also irgendwie darauf dann das Messegelände bauen aber anscheinend ja nicht wo könnte das nicht sein Basis nee ich würde sagen das ist alles kein Messegelände großes Feld mit Parkplatz das bringt dann das Sport 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 großer Skatepark ja nee Baseballplatz Natur nee Platz hm nee das sind klassisch könnte das vielleicht sein was ist das denn hier sind sie die Denkmalpark Amphibientheater hm Reisen Reisebrunnenpark nee das sind aber alles keine Messegelände aber ich will dieses Teil hier aufstellen ich weiß auch nicht warum hier ihr seid sowieso unzufrieden bitteschön so jetzt haben die so ein tolles Amphibientheater und wusste es ist Herz Lug für das Herz haben das habe ich doch gebaut es ist ehrlich es ist ja unglaublich das ist auch nur wegen dem Herz gebaut jetzt habt ihr keins für die bis brennt das da nun mal so als Frage Feuerwehr können wir mal kommen das dampft da irgendwie so was machen wir jetzt die Baulust auf oder was so wir wollen ja auch noch sagen wir brauchen wir da jetzt sowas ähm nee das ist äh mir recht egal wo war ich denn jetzt grad hier drauf war ich ne genau und wir wollen auch dass das eine Amphibientheater daneben stellen boom so und dahinter Harten Wien ne war wahrscheinlich mit der Sport ne genau von einer hinterstellung jetzt die Skatepark boom so da wollte ich nicht hinzu ich wollte mit ihm ansehen boah das sieht ja richtig spannend aus mhm und sie ist von hier oben besser aus ne auch nicht aber naja dann haben wir einen so was wollt ihr denn unsere Stadt wird so zur ziemlichen Touristenattraktion wir sollten den Touristen eingefallen tun indem wir ein Wahrzeichen bauen nö da ich nicht weiß wie ich ein Wahrzeichen bauen mache ich das auch nicht nö nö ich denke das weiße was ist denn bei euch kaputt Lager voll das ist nicht mehr ernst oder das hier wahrscheinlich ne oh so da ist ein Herzenlager voll und die kriegt das weg guck mal so ähm schau mal bitte ähm für Plastik Plastik aber das steht doch da schon ne ja aber irgendwie wiederverwertet das nicht was ist das denn hier leichten Teil wieder hm das sieht nicht schöner aus ja einfach mal bestellen das dahin so so und wie krieg ich jetzt ja das ist voll das ist mir klar aber und wie kriegt das leer ne ne das ist gerade so ach so nie nur so bei uns 30 konnte ich das wenn sie dabei sind ja aber das ist ja eh voll boom das Stimme stattdessen da jetzt nur ist hin so jetzt ist es wieder leer ne ne ja jetzt ist es wieder leer so der arbeitet und das ist gut so gut das war's tschüss bis zum nächsten Part nein man Spaß mit Bisschen haben wir noch aber was machen wir jetzt ich hab keinen Plan sowieso soll es kein Planer was ich in SimCity machen soll ey wie Geistes denn stop 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 mach kurz ansehen hä wie geil ist das denn ach wie geil hey wie cool ist das in der Streng Ballons von auf ey wie geil ist das denn ach so ist es ach so ist es heißen bei uns ey wie geil ist das denn gemacht äh finde ich geil muss ich ganz ehrlich sagen das finde ich geil läuft dann gerade ein schönes Theaterstück war da gerade jemand hm n n n äh weiß ich nicht mehr was ich machen soll ich glaube ich mache äh statt den 50 geplanten Part 14 weil oder soll ich einfach nochmal ne neue Stadt noch anfangen ja ne weil ganz ehrlich ich weiß nicht mehr was ich in dieser Stadt hier machen sollen dann könnte ich ja nochmal ne neue Stadt anfangen ne ne ich baue jetzt nicht so lange in diesen Städten weil keine Ahnung ich weiß nicht mehr was ich da machen soll soll die wollen ja auch im Moment nichts und gar nichts also habe ich keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll die wollen ja auch im Moment nichts und gar nichts also habe ich keine Ahnung was ich tun soll deswegen würde ich sagen ich fange einfach dann in der nächsten Folge noch eine neue Stadt an und haben wir dann schon drei in dieser kleinen Welt nochmal für die letzten Folgen vielleicht fand ich sogar noch eine an oder aller aller letzten Folge die gibt es länger zu zerstören war alles das ist so geplant eigentlich aber gut dieser Partei ist ein bisschen kürzert ich komme auch heute nicht so wirklich noch mehr noch mehr zum aufnehmen deswegen werde ich auch hier nichts noch ein Stück hinten dran schneiden oder so das jetzt einfach nur eigentlich ne so kurz wird er gar nicht eigentlich wieder normal aber na gut ich komme auch heute weiterhin erstmal nicht zum City aufnehmen und na gut wir sehen uns einfach in der nächsten Folge ich gucke wie ich das wie das passt mit dem aufnehmen und dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal